Hallo! Hi! Hallo! Wer bist du? Ich bin die Steffi. Und? Ich bin die Laura. Laura, du hast dir gerade was gekauft? Ein T-Shirt? Ja. Und Eiskonfekt habt ihr gekriegt? Das haben wir geschenkt bekommen. Boah, da würde ich mir direkt mal einen nehmen, wenn das okay ist. Ja. Warte mal. Kann man das so rausziehen? Kannst du mir einen geben bitte? Weil den schmodder ich mich nicht so voll. Danke. Ich schmoll. Ich hoffe, du hast heute nicht so viele S-Bahn-Stangen angefasst. Nein. Wenn du es gerade so in deiner Hand hattest? Nein. Sonst kriegst du eine Infektion, oder? Nein. Wir sind mit dem Auto gekauft. Den ist ja alles super. Ach so, ihr seid schon über 18 dann? Nein, nein. Also wir kommen aus Bayern. Auf jeden Fall. Wir sind aus Bayern angereist? Ja, gestern. Wirklich? Ja. Warum denn den ganzen weiten Weg gemacht? Na, weil wir euch YouTuber sehen wollen. Und Fotos machen wollen. Autogramme sammeln wollen. Wen am liebsten? Außer mich jetzt mal? Wir freuen uns natürlich auch auf die Lohis. Und auf Foytiti. Und auf Bibi. Apecrime. Ja. Okay, wenn ihr euch einen aussuchen könntet, wer wäre das? Ich denke, die Lohis. Bei mir weißt du es, oder? Bei dir wäre es? Tadde. Wie heißt der? Tadde. Ich sei Let's Player. Ah, okay. Let's Player. Na denn, wünsche ich euch viel Erfolg und Glück und viel Spaß auf alle Fälle. Bis denn. Dankeschön. Tschau. Tschüss.